naja, naja ja wir haben alles durch all of duty battlefield 2049 dann versuchen wir es halt mit battlefield 1 mal oder? dann versuchen wir es mit battlefield 1 bin ich genauso, ich bin ja in allen spielmisch aber versuchen wir es mal damit vielleicht versuchen wir es einfach mal damit dann steh ich mit dem schuh so weit im boden ach 10? ok boah es ist so lange her das spiel also das ist echt vernünftige doch gedruckt hat wird oh ja, wo ist denn was los? etwas um kämpft hier könnte man sagen oh ja klar oh maske, 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 maske wo war die schatzmaske? oh ja so geht es ja gut los scheiße ich wusste nicht mehr wo die maske war dann bin ich total verdrückt scheiße ey was soll das denn jetzt? ach ey hemshaft? wir haben einsatzziel david verloren wir haben einsatzziel cäsar erobern wir haben einsatzziel cäsar erobern wir wollten wir dafür das ist so black naja, naja ein bisschen präsentiert derlei hier ne? wir haben einsatzziel david verloren in der grüpfung nur präsentiert derlei das ist gut besser relativ besser und dann los und dann los gelaufen Ah, das ist gut. Was ist das? scheiße war ja klar war so klar weil es war aber schon fünf leute oder so da ich war alleine jetzt hätte noch mal einer helfen können die leute jedes mal das machte mobilieren also unser gesicht Habe ich jetzt hier keine Jungs drin? Wieso nicht? Na, geht doch. Sperrfeuer. Kennt ihr ganz Sperrfeuer, Idioten, oder was? Ja, gut. Ah, fuck you. Ah, verdrückt. Ja, jetzt müsst ihr nur einmal rein, dann passt so. Einmal rein. Nein, warte, 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 warte da. Boah, knapp. Ich glaube, ich muss die Empfindlichkeit mal einstellen. Ja, ich bin schon zimmer besser als bei anderen Spielen zufälligerweise, ne? Mal, ihm vor am besten. Und dass das Spiel so alt ist, sieht das aber immer noch verdammt gut aus. So muss man ja was erwähnt sagen. Und jetzt. Jawoll, sind wir da noch dran. Ja, meine Güte, die Steuerung manchmal, ne? Wir kontrollieren alle Einsatzziele. Ich bin schon nennen, da muss mann. Nicht, ich bin ruhig. Ich bin schon nennen. Ich bin schon nennen, in den Siebenscheidern. Ich bin schon nennen. Ich bin schon nennen, wir werden wollen. Ich bin schon nennen. Oh nein. Jetzt. 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 Du wirst dich Equip margen. Ich bin schon nennen. Ich bin schon nennen. ha du kämpfst hier muss man sagen ha du kämpfst hier wir sind da die mann feuer jetzt kommen wir hier wenn ihr einmal oben kommt sie sind doch ein ticken zu groß noch dicken er könnte macht er nicht hier sehen wir noch nicht sehr gut setze die scheiß maske auf ich glaube so wohl ja ich hätte den noch getroffen ach komm ey ja ja freut mich wie der mich erwischt hat ja nehmen hast du nichts wir verlieren einsatz ich drücke die ganze zeit schießen wieso passiert denn nicht man hört sogar die 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 ich hab mir die bekamter Leute Balanced, ja stimmt Na vorletzte na ja na ja ich habe mich übermachen ehrlich erste runde startet in et cetera brauchen paar noch und so die map ist ein bisschen cyberlastig weil ich weiß ich glaube meine kamera ist irgendwie blöd kann das sein stört da ein bisschen kann eigentlich oben rollen ich glaube ich oben besser weil da sowieso der chat sitzt das ist sowieso nicht drin kriege ball seien oder kann ausgewählt na ja ich habe vorher noch in scheiß hier ehrlich wo ist die epische musik ja das stört man kann man ein bisschen weniger obwohl naja wunderschöne landschaft hier oder eine wunderschöne landschaft ich habe gar nichts gesehen ich habe gar nichts gesehen wie soll ich jetzt den sprachstatt hier dann er ist doch genau aus ich doch immer aus also gar nicht anfangen in der nähe deiner position ist einfach nicht gut meinst du das sterb nicht jetzt oder wirst du Affe äh kommt hier mal einer oder wie sieht das aus war so klar so ein feigeschwein hallo kein platz für mich hier oder nein ach man jetzt sie ist mal so der Hauptpunkt sie ist mal so sie ist immer alles umkämpft hier oh ja jetzt wird es wieder interessant ernsthaft jetzt ernsthaft von hinten ich hatte meine Leute hinter mir wo sind die denn hin sind die Leute denn hin jetzt gar nicht jedes Mal auf Bild springen oder was ach das glaube ich doch nicht ja genau ich hätte fast vergessen wir haben hier ja die stark sitzen wir auch noch so sitzen ich sag ja große Map hier warum ist da so wenig Gras zu sehen was ist das denn jetzt ach der steht auf hoch klar okay das erklärt es natürlich ja jetzt hier guck mal jetzt haben wir viel mehr Räser ich wollte gerade sagen ich wollte gerade sagen ich wollte gerade sagen ich wollte viel mehr Räser hier eigentlich dein ernst jetzt jetzt kommt hier aber auch keiner mehr es hat gerade einmal das spiel Spaß gemacht von fünf Minuten jetzt schon der Essig ist doch scheiße jetzt läuft ernsthaft jetzt ach weißt du was denn oder wie ist das nein lenkt mich hin ich ich es ich es Vielen Dank.